Irgendwie Death Metal ist das auch überhaupt nicht. Arroganz machen ihr eigenes Ding und das machen sie mittlerweile so hervorragend und so auf den Punkt. Das fing an und das hörte auf und dazwischen wurde Einfach nur geballert. Und wie ich das auch jetzt eben schon gesagt hatte Einfach nur geballert. Subtil geben sie einem so ein richtig beschissenes Gefühl mit auf den Weg. Aber nicht so ins Herz und heu so schön, sondern Uhhh, das ist so ein ganz merkwürdiges, mieses Gefühl. Also Morsus von Arroganz, Höhepunkt der Diskographie auf jeden Fall und wirklich eine ganz Einfach nur geballert. Fantastische Sache geworden. Rezensenten würden jetzt schreiben, sie sind erwachsen geworden und ich würde hinzufügen Einfach nur geballert.